Moin und willkommen zu einer neuen Runde in SHOWDOWN Diesmal wieder im süffeligen Krio, oh mein Gott Das war mal ein Black, würde ich sagen Sie hat nicht fast das Spiel schon verlassen Dass sie spät Treffer-Feedback bekommt Jetzt geht's Da wird keiner angesammelt Die suchen noch, oder? Die sind die Trend in die Ansonsten Warn 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 da ist was gesehen ich würde mir dann mal pingen würde ich würde mir dann mal pingen Was ist das, was wir tun? Entschuldigung! Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist nicht schlecht zu sehen da oben. Das ist ein scheiß Lichtansfall. Das ist nicht schlecht zu sehen. 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 Das war's für heute. Ah, die haben ja ordentlich Punkte gesammelt fürs ganze Aachen sammeln. Oh, okay, da. Oh, okay, da. Okay, da. Oh, okay, da. Oh, okay, da. Oh, okay, da. Oh, okay. Oh, okay, da. 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 Oh, okay. Oh, okay, da. 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 Oh, okay. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Da, da, drinnen habe ich glaube ich auch hingesehen. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, das in der Munition ist echt ein Problem Ja, das in der Munition ist echt ein Problem Ja, das in der Munition ist echt ein Problem Ja, das in der Munition ist echt ein Problem Ja, das in der Munition ist echt ein Problem Waffe wechseln Okay, die hatten auch fast keine Munition mehr Ja, das in der Munition ist echt ein Problem Okay, die sind echt ein Problem Ja, das in der Munition ist echt ein Problem Ja, das in der Munition ist echt ein Problem Ja, das in der Munition ist echt ein Problem Ja, das in der Munition ist echt ein Problem Nichts. Na gut. Schade um einen Partner, der sich einfach das Game verlassen hat. Den haben wir auch noch mit. Jetzt kommen wieder live Verbindungsfolien, aber das ging noch. Entschuldigung! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018